hallo freunde wir sind in runde zwei und schauen was andy heute gemacht hat gegen felix zimmermann wieder 1477 wieder 200 punkte stärker aber ich kann euch sagen ihr müsst bis zum fast letzten zug dabei bleiben um herauszufinden wie die partie wirklich ausgegangen ist sie war super super lange und super super spannend also lasst uns anfangen kleine anmerkung noch die 1477 das gegner sind die dbz hat sogar eine elo von 1811 aber sie erschien mir ein bisschen hoch und nicht repräsentativ für die spielstärke zu sein deswegen gebe ich immer die dbz an ok andy hat er weiß und los geht's mit e4 6 karo kann ok und jetzt wissen wir alle jetzt würden wir normalerweise d4 springer f3 springer c3 irgendwelche normalen systeme der andy hat sein eigenes system und damit wird er seinen gegner auf jeden fall schon aus dem buch gebracht haben er spielt laufer c4 und rennt quasi in d5 rein und jetzt aber der trick wenn man jetzt hier auf d5 schlägt dann behält der gegner hier ein bauern im zentrum der laufer ist abgeblockt das nicht der sinn der sache der andy hat die idee wir spielen laufer b3 und opfern diesen bauern hier auf e4 ok damit wird der gegner wahrscheinlich aus dem buch sein und zack mal schnell über an überraschungsangriff starten dame h5 kann man absolut machen kein problem das wird abgewehrt und die dame geht nach h4 ok damit guckt die dame hier so ein bisschen hierhin vor allem aber steht die dame natürlich hier schon am königsflügel und es gibt verschiedenste eröffnungen grand prix angriff zum beispiel ja wo die über d1 über e1 dann richtung h4 manövriert wird um irgendwie am angriff teilzunehmen zum beispiel wenn der wenn der bauer vor ist mit laufer h6 ideen ja dann ist der gedeckt oder wenn der springer hier rauskommt mit mit angriff also auf h4 steht die dame grundsätzlich gut springer f6 springer f3 eine figur entwickeln laufer g7a der gegner will gar nicht diesen bauern behalten sondern er will sich schnell entwickeln und den könig rochieren grundsätzlich eine gute gute einstellung eine gute idee jetzt noch eine kleine anmerkung all die kommentare also die die bewertungen wie rufzeichen oder fragezeichen die stammen von mir natürlich habe ich die partie beim eingeben mitlaufen lassen aber die engine springt quasi wie ein wie ein gummibalken von links nach rechts hoch und runter ja deswegen habe ich mir gedacht ich lasse sie einfach aus und kommentiere so aus menschlicher sicht weil war auch nicht für mich nicht immer ersichtlich wieso weshalb warum deswegen nehme ich mal nur immer meine menschlichen faktoren als bewertungsgrundlage für die für die bewertungen f23 den finde ich gut der hat die klare idee wie zum beispiel beim black madima gambit ja einfach noch linien öffnen um die initiative weiter auszubauen der gegner sagt sich ja gut mache ich und dadurch wird die entwicklung von von weiß beschleunigt jetzt nach der kurzen rochade und springer g5 zum beispiel da sehen wir schon wir haben schon viele figuren am und im angriff das ist die idee schwarz spielt e7 e6 sperrt diesen läufer ein ok das ist natürlich ein zugeständnis und d2 d3 ok den kann man spielen man könnte natürlich hier auch problemlos d2 d4 spielen oder rochade spielen aber am ende des tages ja wahrscheinlich hat keine extremst große auswirkung ob ich erst d3 oder erst rochade spiele wir gucken mal eben eine kleine variante wo es einen unterschied machen könnte wenn ich jetzt hier die rochade machen würde und vielleicht kommt springer d5 mit der idee damentauscher und jetzt sehen wir wieder jetzt ist der c3 auch zweimal angegriffen aber auch noch eben ausreichend verteidigt damentausch will ich natürlich nicht ja jetzt würde ich mit der dame vielleicht irgendwie zurückgehen und hier wieder was drohen also noch noch überhaupt nichts passiert aber und jetzt gucken wir mal was in der partie passierte nämlich d2 d3 dann ist der c3 so ein bisschen ungedeckt ok zunächst einmal kam h7 h6 und das ist ein interessanter zug schwarz verzichtet hier ganz definitiv und offensichtlich auf die kurzen rochade um nicht in einen angriff hier rein zu laufen mit laufer h6 mit laufer g5 springer g5 und so weiter vor das programm gegen den könig und da gibt sicherlich genug beispiele da hat es dem den den einen anderen könig bereits erlegt ja da bin ich mir sicher deswegen h7 h6 um das feld g5 unter kontrolle zu nehmen ok sehe ich ein und jetzt ich weiß noch nicht wie ich es formuliere der normalste zug der welt wäre sicherlich die kurze rochade vielleicht aber auch wenn man erst den laufer ausziehen will nach d2 vielleicht für die lange rochade alles gute ideen und sollte ja den könig schon in sicherheit bringen bevor es richtig los geht das glaube ich macht schon sinn aber jetzt kommt leider ein zug wo stellen wir den laufer hin nicht nach e3 der nimmt so ein bisschen die dynamik und die spannung und den faktor der überraschung aus dieser partie heraus ganz ganz ärgerlich wenn ich hier den lauf nach c2 stelle dann habe ich den c3 überdeckt falls jetzt oder später mal irgendwann sprenger d5 kommt ziehe ich die dame eben weg zum beispiel h3 um den h6 im auge zu haben und nach e5 was den hier angreift ja dann schwäche ich den d5 damit so ein bisschen gehe jetzt nach g3 jetzt hängt der e5 und dann nach der rochade kann ich die türme hier vielleicht zentralisieren dann habe ich hier auch noch ein bisschen druck auf diesen bauern eine völlig spielbare stellung überhaupt gar keine frage wir gucken mal eben nach läufer e3 hingegen haben wir ein ganz ganz großes problem dieser läufer ist ungedeckt und grundsätzlich ist schwarz natürlich am abtausch interessiert und ermöglicht ihm hier diesen zug sprenger d5 jetzt mit tempo auf die dame mit tempo auf den läufer und doppelangriff gegen c3 und ja jetzt verlieren wir noch weiteres material oder wir müssen die dame tauschen und andy hat sich jetzt schweren herzens wahrscheinlich dazu entschlossen die dame zu tauschen wir gucken mal eben wenn ich die dame nicht tauschen will dann muss ich halt meinen laufer decken und jetzt könnte es passieren dass der gegner hier auf c3 rausnimmt aber und ich verliere mein rochade recht ja okay aber jetzt lass uns mal diese stellung hier schauen nur mal nur mal dieser dieser schwarz fällige läufer hat jetzt keinen gegenspieler mehr und dieser schwarzer käse hier rund um überall quasi die werden schon langfristig schon ein paar kopfschmerzen bereiten dem dem schwarzen darauf hinaus kann ich dann ja mit turm f1 noch weiter auf der f-linie angreifen der könig kann hier auch nicht mehr rochieren dann ist der h6 sofort weg also objektiv natürlich nicht aber eine gewisse praktische gegenwerte kompensation hat man hier sicherlich alle mal auch noch und vielleicht wäre das war das ja vom spielstil dem andy mehr entgegen kommt vielleicht noch interessanter gewesen als den damen tauschen und nachdem in der partie folgte nämlich der damen tauschen und jetzt sehen wir klar jetzt kann ich hier den den c3 decken indem ich hier den springer tauschen und lang rochade mache aber jetzt habe ich natürlich die dame getauscht ja der gegner hat das rochade recht verloren aber ohne dame ist diese hat dieser könig nicht ganz so einfach auszunutzen ihr könnt gerne mal in die playlist schauen mit den eröffnungen da mittelspiele damenlose mittelspiele genau oder damenlose öffnungen wo der könig hier ganz oft auf c7 oder wie auch immer halbwegs sicher steht die türbe kommen dann wieder raus nachdem die figuren raus geht also so einen richtigen angriff gegen den könig haben wir nicht mehr und jetzt sind wir mehr oder weniger naja noch natürlich noch nicht endspiel aber wir müssen uns jetzt irgendwas einfallen lassen erstmal haben wir nur einen bauern weniger das natürlich sehr sehr schaden ok deswegen gucken uns die nächsten züge an die sind wieder völlig normal von beiden seiten wollen sich ein bisschen entwickeln d2 d4 nimmt ein bisschen einfluss hier aufs zentrum macht natürlich den läufer ein bisschen bisschen passiver weil der läufer jetzt hier hinter guckt dass ein bisschen ein zugeständnis aber ich glaube die idee war dass wenn er hier vielleicht irgendwie mal versucht mit c4 diesen bauern anzugreifen könnte d4 kommen und diese festung hatte dem andi wahrscheinlich sorgen bereitet und dieses d4 wollte er nicht zulassen und deswegen hat er jetzt hier selber d4 gespielt hat den nachteil dass das feld e4 natürlich ein bisschen schwach wird schöner zwischenzug vom gegner wieder ungeleckte figuren angreifen der läufer geht zurück schlägt schlägt ja wir sehen so an den zügen ist natürlich jetzt grundsätzlich nichts auszurichten aber der der faktor dass wir einen bauern weniger haben ist natürlich macht die sache deutlich schwieriger darüber hinaus wir haben das nominell das lauferpaar aber die stellung ist sehr geschlossen wir müssen also versuchen die stellung zu eröffnen damit das lauferpaar zur geltung kommt denn in solch geschlossen stellung kann man hier nicht vom vorteil des lauferpaars sprechen jetzt kommt erstmal ein turm hier rein ok ja den können wir da nicht stehen lassen der ist zu aktiv den müssen wir tauschen kommt dem schwarzen wahrscheinlich auch entgegen aber nach springer e4 läufer wieder zurück so und jetzt hat schwarz mal keine drohung aufgebaut und wir kommen dazu endlich c4 zu spielen ok der zug ist natürlich zweischneidig überhaupt keine frage ja weil wir machen uns ein isolani auf d4 aber und das finde ich sehr sehr gut gespielt vom andi es ist viel viel wichtiger die figuren zu aktivieren wir müssen ja auch bei irgendwann anstehender zeitnot oder wie auch immer wir müssen ja irgendwas ziehen können wenn wir wenn wir nur noch hier mit dem könig hin und her ziehen können weil wir uns nicht trauen irgendwas zu ziehen weil die stellung so geschlossen ist macht ja auch keinen sinn von daher ein gewisses risiko eingehen und die stellung öffnen für die läufer damit die freie luft für freie bürger so war das früher so deswegen kann man diese schwäche hier gerne in kauf nehmen gar kein problem der springer geht zurück der laufer auch ok und turm z8 möchte vielleicht mal c5 aber turm z8 ist schon merkwürdig jetzt doch weil c5 ich meine guck mal hier der laufer steht da ja auch noch drauf so richtig drohen tut ja nicht deswegen ja turm z8 kann ich nicht nachvollziehen andi lässt sich so ein ganz kleines bisschen bluffen und sagt sich oh könig und turm stehen sich gegenüber da gehe ich mal so allgemein per se aus der linie raus das ist gut jetzt muss man sich nur überlegen wo gehe ich denn hin andi ist nach b1 gegangen und ich frage mich ja wir sind mehr weniger jetzt im endspiel und im endspiel gehört der könig einfach ins zentrum hier nach d2 dann kann er nach d3 gehen dann kann der springer nirgendwo groß hin der d4 wäre mitgedeckt im zweifelsfalle oder im zweifelsfalle kann der könig auch noch mal hier weiter rennen den könig den könig den muss man auch irgendwie versuchen zu aktivieren und je schneller der aktiv ist desto besser ok wir gucken könig b1 kam in der partie jetzt rettet schwarz seinen bauern f7 ok und die grundidee von von weiß zu sagen ich spiele jetzt g4 um noch mehr noch mehr linien zu öffnen gute idee weil wir dem dem läufer paar ja linien verschaffen wollen deswegen die idee ist natürlich sehr gut das risiko ist dass der gegner jetzt hier mit f4 einen freibauern sich bilden kann und den im zweifelsfall auch schnell decken kann deswegen das war schon schon riskant aber ok vielleicht hätte man statt ohne g4 ähm ja einen zug machen können der jetzt in zwei zügen kommt der nächste zug der ist ich habe ihn mal ich habe ihn mal mit einem fragwürdig äh tituliert warum natürlich wir haben nur eine offene linie türme brauchen offene linien da ist gar nichts gegen einzuwenden und es droht ja auch vielleicht mal laufer e6 jetzt hier und man muss dem gegner ja auch gelegenheit geben fehler zu machen problem ist wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass der gegner die einzige offene linie nicht automatisch auch belegt und sich dagegen stellt und jetzt müssen wir uns die frage stellen wollen wir denn wirklich den turm tauschen und hier sollte die antwort eigentlich eher nein lauten warum wir sollten unbedingt einen turm auf dem brett halten weil in diesen entstehenden endspielen da wird vielleicht vieles getauscht mal die figuren getauscht die bauen getauscht und ein minus endspiel ein minus bauer im turm endspiel ist natürlich viel viel leichter vor allem weil es auch theoretisch erforschter ist ja fliedausstellung zum beispiel ne fliedausstellung sagen wir mal da weiß man dass man das verteidigen kann ein reines bauern endspiel mit minus bauern ist ist kritisch meistens verloren und da wir hier eh den turm nicht tauschen wollen und den jetzt wieder zurück ziehen hätten wir uns diesen zug auch sparen können ne von daher ok der turm kommt sogar hier rein ok der laufer greift diesen bauern an der zieht vor und deckt diesen f4 und jetzt schauen wir mal der laufer auf g1 ist schon so ein bisschen der würde auch gerne mitspielen zunächst einmal laufer d3 versucht den turm zu vertreiben und der turm ist tatsächlich auch zurückgegangen hier möchte ich noch mal ganz kurz anmerken grundsätzlich sollte ein turm natürlich irgendwie möglichst aktiv bleiben vielleicht war dem gegner es zu riskant den turm nach g2 zu stellen weil er dachte vielleicht ist dieser laufer hier der turm mal in gefahr andererseits kann der turm natürlich auch immer über g3 hier bauern angreifen oder seinen bauern hier unterstützen auch das ist immer eine möglichkeit die vielleicht mal in der luft liegt der schwarze könig hat hier auch die einbruchsfelder oder zusammen mit dem laufer die einbruchsfelder auf der e linie kontrolliert das heißt die e linie alleine bringt dem weißen auch noch nicht so viel von daher wäre so grundsätzlich wollen wir uns merken wenn wir es irgendwie hinkriegen den turm aktiv zu halten wollen wir den turm auch aktiv halten hier auf der zweiten reihe der schneidet den könig ab der kommt nicht aktiv zum einsatz hier stehen auch überall bauern rum um die man sich erst kümmern muss und wir wissen jeder bauern zug im endspielen kann wieder schwächen hinterlassen und ja das sind so diese kleinigkeiten versucht euch zu merken wenn ihr mit schwarz in solchen stellungen seid versucht irgendwie möglichst aktiv zu bleiben hier hat der gegner den rückzug angetreten ok und jetzt spielt er an die d5 jawoll jetzt geht los freunde der bauer ist scheinbar ungeleckt ja das mag durchaus sein aber schaut mal figuren aktivität der laufer g1 wird frei juhu und der guckt bis a7 na das ist doch mal und der gegner lässt sich auch so ein ganz kleines bisschen blöffen und denkt sich auch guck mal hier turm und könig stehen sich auch gegenüber wenn da was aufgeht uiuiui deswegen ist der könig hier direkt aus der d-linie rausgegangen kleiner blöff aber grundsätzlich ja die idee wenn schwarz hier rausnimmt natürlich können wir hier erstmal auf a7 den einen bauern zurückholen und ich weiß nicht ob auf d5 erstens ist der bauer natürlich auch potenziell angreifbar vor allem es geht eine zweite linie auf oder respektive es gehen einfach mehrere linien auf wo irgendwie ein gewisser dynamischer faktor irgendwie drin ist und wir sehen dass diese läufer jetzt die stellung öffnet sich sie werden immer kraftvoller immer wirkungsvoller auch hier die einbruchsfelder gegen den schwarzen turm sind alle abgedeckt vom läufer respektive turm und jetzt ist das das ist alles obwohl natürlich dieser freibauer steht noch da aber die sache hat sich verbessert nach d5 gucken wir also der gegner gucken ein bisschen weg okay wir haben hier getauscht und können jetzt auf a7 den bauern zurückschlagen na bitte ist das material wieder gleich läuferpaar wir haben sogar auch einen freibauen auf der a-linie jetzt sind wir wieder mittendrin schatten oder bei nochmal gucken kleiner spoiler die hälfte der partie haben wir bereits einige haben vielleicht so per se immer angst vor endspielen und wollen oh endspielhilfe kann ich nicht will ich nicht und trainieren es deswegen auch nicht und dann kommt es aufs brett und dann kann man es nicht ist immer so was ist zuerst da die Huhn oder das Ei ne das Huhn ähm ganz kleines bisschen mal sich mit endspielen zu beschäftigen schadet nicht egal welche zahlen man hat okay springer b5 greift den laufer an der geht zurück wir haben wieder alle felder kontrolliert laufer d4 ja interessanter zug möchte das lauferpaar halbieren und da sagt sich der andi völlig zurecht ne will ich nicht ja ich halte das lauferpaar auf dem brett gute sache gibt ähm vielleicht hier das feld e3 so als einbruchsfeld aber gut man kann nicht alles haben dafür kriegen wir jetzt den a-bauern in wallung ja mit mit tempo und deswegen ist der laufer hier zurückgegangen damit dieses feld frei wird okay a5 jawohl der freibauer kommt in wallung und je weiter so ein freibauer vor ist desto mehr muss der gegner sich damit ja auch irgendwie beschäftigen hinzu kommt der bauer auf schwarz nimmt das feld b6 weg der laufer nimmt die felder a6 b5 weg wir haben hier so eine art kleine mauer errichtet dass der gegner könig da irgendwie nirgendwo ran kann sehr sehr gute sache laufer f2 fesselt diesen springer hmmm vielleicht können wir jetzt den laufer mal wegziehen ja und dann geht hier vielleicht was okay der gegner sagt sich ich spiele c6 c5 so und jetzt jetzt sind wir ja hier an einem ganz ganz wichtigen entscheidenden punkt angekommen und hier könnt ihr ja mal einfach nur mal per se reingucken was ihr hier spielen würdet es gibt natürlich jetzt keinen den einen richtigen oder falschen aber die grundsatzfrage die man sich hier stellen muss ist will ich meinen laufer jetzt mal irgendwann gegen diesen springer tauschen wir gucken uns da mal an was da passieren könnte also grundsätzlich ist jetzt nämlich dieser bauer hier auf d4 im weg dieser laufer auf a7 wirkt nicht mehr so richtig das heißt der ist blockiert von unserem guten läufer der läufer hat hier auch immer noch f1 im auge dass dieser bauer hier auch nicht gefährlich wird das heißt unser könig wird jetzt hier auch relativ schnell relativ bald sicherlich eingreifen zum beispiel direkt hier irgendwie nach d2 zur zur verteidigung oder und jetzt müssen wir mal gucken wir haben nämlich alternativ ja auch hier zwei gedeckte freibauern und könnten die auch mal in wallung bringen unterstützt vom läufer da habe ich ja schon mal ein video zu gemacht wie bringen wir diese bauern voran wenn wir einen weißen läufer haben wie in dem fall ziehen wir die über die schwarzen felder nach vorne damit die bauern nicht blockiert werden können denn auf den weißen feldern kann unser läufer die ja wieder entblockieren sozusagen und dann haben wir hier auch auch hier kameraden natürlich hier der h3 könnte mal weg sein das ist ja überhaupt keine frage dafür haben wir diese bauern und jetzt kommt wieder diese dieser erfahrungswert der so unglaublich wichtig ist in endspielen und deswegen kann ich euch nur empfehlen spielt die endspiele auch mal unabhängig vom ergebnis das ergebnis das beeinflusst natürlich immer und man will nicht verlieren und die dvz aber diese erfahrungen sind deswegen unglaublich wichtig weil ich dann wenn ich ein bisschen erfahrung habe solche stellungen viel leichter viel besser viel genauer einschätzen kann wie gut sind die wie chancenreich ist das und hier würde ich sagen hier würde ich überhaupt keine gewähr dafür übernehmen dass das schwarz hier auf gewinn spielt wir müssen natürlich aufpassen wenn wir b6 spielen kann der laufer sich opfern und der turm kann hier eventuell den letzten bauern einsammeln da müssen wir natürlich ein bisschen decken und aufpassen nichts desto trotz haben wir hier auch noch immer noch alle chancen mal auf gewinn zu spielen von daher spannende interessante idee für weiß in der partie hat sich andy gedacht weißt du was dieser h bauer der war ja hier der war ja schon weg den ziehe ich lieber direkt nach vorne versuche hier auf g5 zu tauschen um eine weitere linie zu öffnen und behalte denn auch das lauferpaar grundsätzlich kein fehler während dieses laufer dv natürlich so einen gewissen forzierenden charakter rein bringt auch mit diesen vorteilen der zwei der gedeckten freibauern ja und weiter hier ist jetzt der g4 auch wieder man hat ja nicht nur vorteile h linie geöffnet und der gbauer wird ja auch schwach das ist immer und das ist etwas was man auch wieder nur mit erfahrungen im endspiel einschätzen kann ist die potenzielle aktivität meiner figuren im endspiel wichtiger oder ist eben ja die eventuelle schwäche dieser bauern jetzt irgendwie wichtiger und das geht alles immer nur über erfahrungswerte deswegen spielen 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 der könig kommt ran wir tauschen und gehen auf die linie jawoll und der könig kommt der schwarze macht das aber gut wir wissen im endspiel ist der könig eine starke figur eine aktive figur und jetzt droht zum beispiel so ein zug wie c5 c4 und den läufer hier aus seiner schönen position zu vertreiben b2 w3 funktioniert hier nicht weil der springer den hier einfach schlägt und jetzt haben wir das problem wenn wir die c5 c4 hier nicht verhindern können dann dann naja und wir werden uns da unwohl bei fühlen dann müssen wir es halt doch verhindern ja hilft nichts jetzt ist läufer und turm drauf problem ist natürlich die h linie die eigentlich angelagte h linie ist jetzt wieder offen ok könig d6 geht wieder zurück kurze anmerkung natürlich können wir könnten jetzt rein grundsätzlich wahrscheinlich an 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 jedem einzelnen zug hier auf d4 tauschen solange der laufer und der springer da steht und überlegen kriege ich meine figuren aktiv ja mit den zwei verbundenen freibauern also mein mein gefühl hätte mir gesagt das hätte ich riskiert natürlich laufer paar abgeben ist ja immer die eine sache aber wenn wir uns merken was ist der aller aller größte vorteil des lauferpaares wir können den vorteil des lauferpaares irgendwann in einen anderen vorteil um münzen umwandeln das ist der größte vorteil des lauferpaares und hier haben wir jetzt eben den anderen vorteil dass wir hier zwei gedeckte freibauern und den aktiven turm den können wir ja nach a8 nach g8 da können wir die bauern angreifen wir sind mit dem könig relativ schnell relativ nahe dran um den laufer gedeckt zu halten hier haben wir eine sehr sehr große aktivität und ja ja das wäre vielleicht mein weg gewesen aber wie gesagt überhaupt kein Vorwurf an den Andi wenn man sich einmal dazu entschließt den Läufer nicht abzugeben dann muss man damit auch klarkommen alles gut Läufer c4 König e5 droht vielleicht mal f3 und den König hier nach f4 zuzustellen schnell Schach geben der König muss wieder zurück den decken und wir können wieder auf die h-linie warum nicht jetzt ist c4 blockiert und wir haben die h-linie wieder erobert auf der e-linie sind auch keine Einbruchsfelder ihr seht spannend drei bauern gegen drei bauern dieser f-bauer der ja die ganze zeit schon so als Damoklesschwert hier über uns hängt ja ist er jetzt wirklich so viel stärker als dieser a-bauer sind beide gleich weit vorne wir gucken mal das umwandlungsfeld haben wir sogar noch im weißen Läufer auch das können wir auch immer schon mal im Hinterkopf haben auch nicht unwichtig also wir spielen hier mit und das würde mich ja interessieren ob Andy jetzt hier auf gewinnen gespielt hat oder ob er gesagt hat ich stehe schlechter ich muss mich hier verteidigen oder ob man hier gar nicht denkt einfach nur sagt ich muss irgendwas aktives machen und gucken was passiert wahrscheinlich ist das das beste was man machen kann einfach sich überhaupt jetzt nicht nicht groß Sorgen machen oder so sondern man muss immer den besten Zug finden der Springer kommt nach f3 droht eine Gabel und die wehren wir ab frage ich mich der König will ja nicht ins Zentrum kann man das nicht auch so abwehren aber wahrscheinlich würde dann wieder irgendwie ein Schacht drohen und Andy will ja scheinbar nicht hier auf d4 nehmen könnte der Grund sein warum der König nach C2 gegangen ist äh nicht nach C2 gegangen ist sondern nach A2 ok kommt der Springer E5 und Opsala schon sehen wir Läufer ist angegriffen Bauer ist angegriffen und ja die Schwäche dieses Bauern die durch H4 entstanden ist spielt schon eine kleine Rolle ähm wo ziehen wir den Läufer dahin ziehen wir nach E2 kommt vielleicht F3 mit Tempo hm ist der dann wieder weg könnte sein deswegen kam hier Läufer B5 ich glaube auch also es ist doch schwierig einzuschätzen wenn der Läufer hierhin zurück geht wenn F3 kommt ähm ähm ich kann ich kann jetzt hier auf G4 schlagen weil dadurch automatisch der hier wieder angegriffen ist und ja jetzt das einzuschätzen ist der Bauer jetzt hier durch äh ist der Bauer gefährlich äh kann schwarz den jetzt hier einfach decken wie ist das einzustufen ja so ein Freibauer hier mit Figuren umgedeckt ich glaube das ist schon schwer und deswegen mache ich hier dem Andi auch gar keinen Vorwurf dass das irgendwie sehr sehr kompliziert ist ähm was er nach G5 nach B5 gegangen ist okay der Nachteil ist halt dass dieser Bauer weg ist und der Läufer angegriffen ist aber Andi achtet darauf und das macht er sehr gut wunderbar Andi er versucht sich irgendwie aktiv hinzustellen und hier auf C3 steht dieser Läufer schon mal sehr sehr aktiv wunderbar schwarz versucht seinen ja inaktiven Läufer auch zu aktivieren aber die Blockade wird gelöst aha jetzt fehlt nur noch ein Schritt und dann sind wir schon schon kurz vor der Umwandlung oh das macht dem Gegner aber mit Sicherheit Kopfzerbrechen also rennt der Gegner hier auch los eieiei Freunde ihr seht das ja aha und wahrscheinlich ist nicht allzu viel Zeit über ich meine Andi ist wahrscheinlich ein schneller Spieler extreme große Zeitnot wird er nicht haben aber also viel Zeit ich tipp mal auf eine Viertelstunde vielleicht noch ja wir sind schon über dem 40. hinaus gibt es da eigentlich noch mal einen Zeitaufschlag ich glaube nicht ne ich weiß es nicht ähm aber im Grunde spielt man irgendwann mit diesen 30 Sekunden und vielleicht noch ein paar Minuten Restzeit und dann so eine komplizierte Stellung huhu das macht Spaß haha Turm G1 greift diesen ähm Springer an und hier musste Andi jetzt aber auch wirklich hier musste er jetzt aber auch wirklich gut rechnen es kam Turm E4 was den Springer deckt was wäre denn bei F2 passiert ist erstmal eine Gabel uiuiui und jetzt muss man überlegen ok ja viel Auswahl haben wir wenig wir könnten hier nach nach C3 einmal gehen Schacht geben dann kommt der König aber deck den hier ja und wenn der Springer vorgeht ähm das Umwandlungsfeld hier kontrolliert und jetzt trennen diese zwei Bauern ei 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 das ja da ist vielleicht vielleicht das kann man nicht also das kann man nicht raten das ist einfach nur ne wenn man jetzt konkret sieht dass in dem Fall hier sogar Läufer D7 vielleicht eine Idee ist um hier Schacht zu geben ähm ja um diesen Bauern hier aufzuhalten ne allein das Qualitätsopfer an jeder Zeit jeder Stelle zu berücksichtigen dann geht hier die Dame durch das kann man alles nicht berechnen ja ist dieser Bauer jetzt noch für irgendwas gut kann ich jetzt hier die Dame erst gewinnen und kriege ich dann den Bauern durch so viele Feinheiten Faktoren das kann man nicht berechnen ja auch ich nicht deswegen ähm wir gehen nochmal zurück nach F2 die Alternative wäre noch hier diesen Läufer zu diesen Bauern zu schlagen und den einfach zu fesseln und zu sagen haaa und ich denke mal das wird wahrscheinlich die Hauptidee gewesen sein und das dann jetzt hier beide irgendwie übersehen haben dass jetzt Läufer D3 diesen Springer einfach decken kann ja und dieser Bauer kommt nicht so richtig vorwärts ne und dann ist dieser Bauer hier ah je 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 dann nimmt man eine Figur weniger vielleicht haben beide Spieler das übersehen aber das ist auch nur vermutet deswegen kam vielleicht Turm E4 um diesen Springer Glecht zu halten Läufer C6 den finde ich wieder sehr sehr gut da gehört der Läufer der steht nicht schlecht ich nehme das Umwandlungsfeld unter Kontrolle ich greife hier Turm und Bauer gleichzeitig an und jetzt muss Schwarz hier schon ja auch das Feld A4 ist weiterhin unter Kontrolle und jetzt muss Schwarz schon aufpassen Turm F4 so und jetzt hier spätestens an dieser Stelle bin ich mir sehr 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 sicher dass der Andi einfach auf Gewinn spielen wollte und warum nicht ich habe das Läufer Paar der Bauer ist ja hier auch schon ah wenn ich den König doch nur irgendwie aktiver hätte oder in irgendeiner Form irgendwas machen könnte ähm hier kam Läufer C3 Schach wenn man jetzt gewollt hätte hätte man jetzt hier zum Beispiel vielleicht einfach auf F3 diesen super gefährlichen Freibau rausnehmen können und wenn der Turm schlecht ist der G4 eben unten gedeckt und äh der ist gedeckt sagen wir mal sowas hier dann könnten wir versuchen den hier anzugreifen den nochmal angreifen den Bauern nochmal unterstützen und dann kommt es hier wieder zu diesem Wettrennen und eieiei aber hier bin ich mir ziemlich sicher das sollte doch irgendwo im ausgeglichenen Bereich sein ja im Zweifelsfall dann muss ich den halt hier opfern und den zweiten Bauern hier gewinnen ja und dann habe ich zwei zwei verbundene freie Bauern gegen den Läufer soll der Läufer erstmal zeigen ob er das aufhalten kann ja also das wäre sicherlich ähm hier bin ich mir ziemlich sicher dass Andi auf Gewinn gespielt hat und von daher sehr sehr löblich ja Läufer C3 der Springer zieht dazwischen ok wir haben die ganze Partie über natürlich dieses Läuferpaar als Kompensation gehabt für die Minusbauern und für die zuerst kritische Stellung jetzt mittlerweile ist dieses Läuferpaar natürlich einer unserer Vorteile keine Frage ich hatte euch vorhin schon mal ein bisschen angedeutet die Aufgabe des Läuferpaars die Transformation des einen Vorteils Läuferpaar in einen anderen und hier in dem Fall werde ich gleich zeigen ähm ist immer der größte Vorteil den 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 schwarz den weiß haben kann und hier bin ich mir sicher hätte hätte äh Andi jetzt schon ganz ganz ah Freunde was was spricht gegen Läufer schlägt E5 ah ja 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 der ist ja auch auch mit wenig Zeit oder ja selbst mit viel Zeit noch vielleicht dazu finden warum nicht warum nicht Läufer schlägt E5 die Idee ist oder die erste Idee ist ah der König kann nicht schlagen weil dann der G5 weg ist Problem ist der Läufer kann aber auch nicht schlagen dann ist der Bauer durch ups und äh deswegen muss der König schlagen und auf der Schach hier ist dieser Bauer weg und äh den hier kriegen wir doch problemlos aufgehalten und jetzt kriegen wir hier auch mal diesen Läufer befragt und wir kriegen unsere Tempo mäßig wir müssen den Läufer noch einmal hier hinstellen jetzt und dann am Ende des Tages ähm werden wahrscheinlich beide Läufer sich gegen den jeweiligen Bauern opfern müssen aber wir haben ja noch einen mehr vielleicht können wir eben entsprechend schnell den König auch mal aktivieren ja und äh es sollte natürlich ausschließlich sein ja keine Frage aber wer weiß wer weiß das wäre auf jeden Fall der ganz ganz sicherer Hafen hier Läufer E5 gewesen dem Gegner Chancen geben Fehler zu machen und risikolos das Remis zu haben und das äh finde ich persönlich immer immer sehr sehr hilfreich gut gut ich bin natürlich auch eine Bangenbüchs weil ich immer weil ich ungern verliere ähm ist halt die Frage vielleicht hat er das gesehen aber vielleicht wollte er das nicht spielen weil es ihm das zu Remi lastig war ich weiß es nicht werde er uns sicherlich nochmal irgendwann nochmal ich hoffe mal dass ich am am Ende des der fünften Runde der Partie der fünften Runde ihn vielleicht nochmal zu einem kleinen Interview äh einladen kann Turm F1 kam versuch den hier und jetzt ist natürlich die Gefahr dass äh die Bauern hier laufen ne König geht aus der Festlung raus der G-Bauer ist nicht mehr angegriffen jetzt hängt dieser dieser Läufer die Sache wird nicht einfacher ne und wenn ich jetzt zurückgehen muss ne also spätestens hier spätestens hier denke ich mal äh sollte man hier rausnehmen und hier auf F3 einfach nehmen und dann sagen komm lieber den Spatz in der Hand ne als die Taube das kennen wir wir schauen mal Läufer B5 F2 ok Turm D1 finde ich gut um den Turm zu aktivieren C4 auch ah ein kleiner mieser Zug diesen Läufer hier aussperren jetzt droht äh F1 also müssen wir schnell den Turm zurückziehen aber wir an dieser kleinen Sequenz von den letzten 2-3 Zügen sehen wir äh die Figuren stehen passiv man zieht hin und her ist auch passiv und das ist ein Indiz dafür dass irgendwas nicht richtig läuft und jetzt kommt G-A und jetzt jetzt oh 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 Freunde jetzt wirds langsam eng aber wir schauen mal ah und jetzt jetzt kommt er auf die Idee den zu schlagen ok König schlägt ja ausgerechnet jetzt wo wir wo wir ja hier keinen dieser beiden äh Bauern extra gewinnen jetzt auf einmal gibt er den ab ja ist natürlich auch verständlich ja weil der äh Läufer jetzt natürlich hier auf diese Diagonale soll um die blockieren ja jetzt haben wir ungleichfarbige Läufer der Mythos ungleichfarbige Läufer wissen wir ja ne und hier auf G2 steht der Läufer auch grundsätzlich erstmal gut und das hier alles blockiert hier wird schwarz noch einiges arbeiten müssen um zu gewinnen keine frage aber hier spielen wir glaube ich jetzt mit weiß nicht mehr auf gewinnen sondern äh nur noch auf Remy der Läufer deckt den der blockiert den der geht vor ok wir gucken mal aha der König kommt mal näher das endlich mal den König jawoll so ist gut Einbruchsfelder sichern der Turm versucht sich hier irgendwie ranzuschleichen aber wir nutzen das und aktivieren in dieser Zeit hier auch unseren äh Turm auf die H-Linie dass hier vielleicht was möglich ist ein paar Schachs ok können wir nicht verhindern dann noch ein Schach ok und hier müssen wir mal gucken ähm hier müssen wir mal eine Grundsatzentscheidung treffen jetzt in diesem Augenblick kann der Turm nicht auf die auf die Grundreihe weil der König das hier kontrolliert das heißt jetzt droht erstmal nichts aus schwarzer Sicht oder oder für schwarz das heißt weiß hat hier und wenn es nur dieser eine Zug ist aber ein bisschen Zeit mal durchzuatmen und mal was aktives zu machen und hier sollten wir mal Kandidatenzüge gucken was ist aktiv machen natürlich ein Schach ist wenn König zurückdrängen ist wahrscheinlich grundsätzlich eine gute Sache aber wir gucken auch mal hier der A-Bauer das ist doch unser unser Faustpfand hier und der König ist sehr weit weg von seinem Läufer vielleicht könnten wir hier mit Turm A7 ein Tempo auf den Läufer gewinnen und wenn der weg ziehen muss der ist ja auch nicht zu denken dann ziehen wir den eben vor so jetzt haben wir den Läufer gewonnen das war sehr schnell und sehr einfach ja die Stellung werden wir nicht hoch gewinnen weil wir wahrscheinlich hier unseren Läufer irgendwann irgendwie abgeben müssen aber hier muss auch schwarz jetzt erstmal beweisen dass er das halten kann und wie er das halten kann und ob er jetzt zum Beispiel den Zug Turm F3 gefunden hätte ist auch schon nicht so hundertprozentig klar klar jetzt können wir wieder nicht schlagen weil die Umwandlung und die droht sowieso und wenn wir hier hingehen kommt der nächste Bauer der opfert sich und dann zieht er den eben durch und dann haben wir eine ausgeglichene Stellung trotzdem so Züge wie Turm H7 sollte man auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben schön aktiv spielen nach Turm H4 Schach König C5 haben wir jetzt das Problem dass wir jetzt auf Turm H7 dem Gegner die Zusatzmöglichkeit mit König B6 gegeben haben und der Gegner möchte ja auch weiterhin dieses Manöver spielen um ja diesen Läufer hier irgendwie zu überlasten also geht der Läufer zurück Turm Tausch nein wollen wir nicht Schach Turm D5 Turm H3 ok der ist gut greift den hier an Turm G5 jetzt wird der wieder blockiert ihr seht wir ist alles im grünen Bereich der einzige Nachteil ist wir haben Schwierigkeiten unseren ähm Bauern hier gedeckt zu halten ne und wenn der vom Brett ist hat schwarz schon mal eine ganz große Sorge weniger Turm H5 Schach der König nähert sich auf einmal dem hier an ok ok dafür schlagen wir den C4 ok gut ein Bauer gegen ein Bauer getauscht ja ok unsere Gewinnchancen sind reduziert weil der Bauer viel weiter hinten ist die Qualität dieses Bauern ist ist geringer nichtsdestotrotz der König ist jetzt abgeschnitten unser König ist näher hier dran dann soll der Gegner erstmal zeigen wie er das gewinnt ne Schach König hier hin ähm das aber genau Turm G6 das ist natürlich auch ein Mieterzug gerade wenn es um Zeitnot geht ja man hat vielleicht einen Reflex weil man nur noch wenig Zeit hat den hier zu schlagen aber das lenkt ja den Läufer hier vom Umwandlungsfeld ab ne deswegen das riskant deswegen kam König D3 gut so aber der Turm ahhhh schwarz macht macht alles was was irgendwie geht versucht er hier ähm der König kommt ok Turm Schach König F3 ok jetzt sind wir an dem dran ahhhh der Läufer dieser dieser mhm der hat die ganze Zeit nichts gemacht und jetzt deckt er hier diesen jetzt deckt er diesen Bauern und jetzt droht auf einmal F1 und eieieieieiei wie ahhhh ja ein Schach B4 nutzt nichts die der Bauer wandelt um und schwarz bellt diesen Bauern um ein Brett und hier hat Andi leider aufgegeben ahhhh dramatisch Freunde ähm wir können natürlich noch mal ganz kurz gucken ähm hier hier an dieser Stelle ja ähm dieses Manöver ist einfach unangenehm obwohl der König so weit weg ist ne dieses Manöver mit Turm E1 respektive Turm G1 den hier auch anzugreifen äh ist so stark dagegen kann man leider ähm nicht viel machen und ahhhh also wenn ich jetzt hier fünf Stunden kämpfe ja und dann verliere oh das ist so ärgerlich ne man hätte ja zwischendurch nicht nur ein problemloses Kremi haben können man hätte ja zwischendurch sogar vielleicht auch gewinn spielen können und dann am Ende verlieren ach das ist so bitter aber trotzdem die Erfahrung die Andi hier gemacht hat Andi ja nimm die Erfahrung als positiven äh äh Wert mit aus dieser Partie dass du das so beim nächsten Mal eben entsprechend diese Erfahrung in die Waagschale werfen kannst ne trotzdem nichtsdestotrotz ärgerlich 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 kein guter scheißes Turnier trotzdem äh Empathien sind ja gut und spannend ja und deswegen bin ich mal auf die dritte Runde gespannt wenn es so weiter geht und der Kampfgeist ist ja da und der Wille auf Gewinn zu spielen ist da und die Punkte werden auch noch kommen da bin ich mir sicher also warten wir auf die dritte Runde Freunde ich sag besten Dank äh drückt Andi weiter die Daumen bis zur nächsten Runde bis morgen und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal